Servus was geht, ich bin's wieder euer Alpharet Gaming mit einem neuen Planvideo. Montag, FIFA 20 Ultimate Team Hashtag 10, 20 Uhr bis 0 Uhr. In diesem FIFA Ultimate Team Stream Hashtag 10 kommt auch natürlich der zweite Spieltag von der FIFA 20 Infrared League ab 20 Uhr 15 bis 20 Uhr 45. Dienstag, The Last of Us Hashtag 03 von 2, 20 Uhr bis 1 Uhr. Mittwoch, FIFA 20 Karriere Kreislautern Hashtag 02 von 10 bis 13 Uhr. Mittwoch, auch noch abends, Fortnite Hashtag 167, 18 bis 22 Uhr. Wir gucken mal in Fortnite Kapitel 2 rein. Donnerstag, Minecraft Survival Hashtag 02 von 17 bis 21 Uhr. Im Anschluss FIFA 20 Ultimate Team Hashtag 11, Rewards der Vegan League, Rewards Division Rivals, 22 Uhr bis 1 Uhr. Freitag, Minecraft Startprojekt Hashtag 17 von 17 bis 21 Uhr. Anschluss, FIFA 20 Ultimate Team Hashtag 12, WL Anfang. Also, Vegan League Anfang. Samstag, FIFA 20 Ultimate Team Hashtag 13 von 19 bis 23 Uhr. WL 2. Weiter Teil, Sonntag, FIFA 20 Ultimate Team Hashtag 14 von 20 bis 0 Uhr. WL Ende. Also, dann würde ich sagen, bis denne. Hau der Rede, euer Alpharet Gaming. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall heute Abend noch um 20 Uhr beim WL Ende. Bis denne. Ciao.